Während Chaos es allkürtet, zu konsumieren. Es ist Zeit, meinen Vater zu wirklich den Zutaten zu erzielen, den der ganze Welt erzielen hat. Edge guidet mich. Und ich bin bereit. Episode 8 Die Sünden unserer Väter Conception Cube 0 Uhr 52 The Conception Cube, the heart of this corruption. This time we nail it, no going back. Tell me about my father, Edge. Charles Cartier Wells has walled himself away for years, dreaming of his ideal future. It's here that H3O was conceived. H3O? Memorized Central Server, the place where all these memories are stored. Ah. Only your father may enter. It's up to you now. Convince him to let you in. Let's get this done. Ja, hätte ich das vielleicht vorher gewusst. Okay. Also, H3O ist der zentrale Server von Memorize. Gut. Dann, Tür auf. Ruckler, ruckler. Was ist hier los? Nix ist los. So. Sensen Nillin. Aha. Ist das mein Dateiexplorer, meine Erinnerung oder was? So, okay. Und hepp. Und um die Ecke rum. Und runter. Oh. Come play with us. Okay. But just for a little while. Who's that? Those voices? Your father. He kept many of your childhood memories for himself. It's disgusting. Genius and despair are a dangerous mix. Hmm. 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 You went through indescribable horror, but it's a mistake to turn your back on your family. So let me help you, my love. My invention can make you forget all of the shit to be here. Jacks. Tomorrow is my birthday. Really? I wonder what my pick you and me. Jacks. A Jacks. Du meine Güter. Alles, was wir erlebt haben, ist darin abgelegt. Und zwar nicht nur das, was wir wirklich teilen wollen, sondern alles, was wir erlebt haben. Wirklich alles. Alles, was ich sehe, sind schmerzen Fragments von meinem Leben. Soundless. Gucklos. Drei und tot. You'll finish up the family scrapbook later. Charles is close. You're almost there, sis. The nightmare is nearly over. There has to be an error here. Not a mistake. Don't understand. My father. My father. His work is his life. And I'm going to convince him to destroy it. His work became the only way he could save the life he loved so dearly. What do you mean? Look around you. The power to remove painful memories. To forget a car crash. My God. He did all this for me. And you are the only person in the world who can convince him to bring it to an end. I can fix everything. I can fix everything. Just need a little more time. Just a little more time. Now give him a taste of his own medicine. Das ist eine ganz schöne Zwickmühle, ja. Also, das ist unser Papst. Charles Cartier Wells. Der das ganz auf die Beine gestellt hat und hat wohl dieses ganze Brimborium nur wegen Nillin gewissermaßen ins Leben gerufen. Und es liegt an uns, das zu beenden. Sie betreten jetzt die Erinnerung von Charles Sturbs. Charles Erinnerung, 20,3 Jahre zuvor. Der erste Remix Baba, is mummy coming home soon? Very soon, my little smarty. Mummy doesn't like Jax anymore. Since when he was bad. But be still now. I'm going to make everything right again. You can't fix mummies leg. It's too late. Oh, I'll find a way to fix that as well. But for now. I'm going to help my little girl. Huh. Well, how do you feel? Do you think mummy hates Jax? No. Why? Did he do something bad? No. No, he didn't. Now run along and play now. Daddy's got work to do. Okay. Love you, Papa. So kam's also dazu. I've done it so long. I found a cure for misery. Soon. I'll take all your hurt away. And we can be happy again. Indem man lügt? Naja, ich weiß ja nicht. I'll free the whole world from pain. Tja. Bringen sie Charles dazu, Nillin zu töten. Hahaha. Oh, das ist jetzt echt bitter, Mann. Okay, wir gehen alles zurück. Oh, falsche Taste erwischt. Äh, falsche Steuer. Äh, falsche Analog-Stick. Oh Gott. Also, wir gehen nochmal komplett zurück. Und müssen jetzt die eigene Tochter. Weil dieser Erinnerungs-Remix, der betrifft ja nur einen Menschen. Also, jetzt geht's ja Nillin. Vorhin ging's Nillin schlecht. Und dann ging's ihr besser, weil er ihre Erinnerungen verpfuscht hat. Muss man ja wirklich so sagen. Er hat sie ja quasi erinnerungsmäßig angelogen. Das ist ja nichts anderes. Und wie ist es dann mit anderen Leuten? Also, die Erinnerung der Mutter ist ja eine andere. Die wird nach wie vor Jax hassen. Ich glaub, Jax ist dieser kleine Roboterhund, hm? Oder Roboterbär. Tja. Dann legen wir mal los, was hier alles geht. Baba, ist Mommy coming home soon? Very soon, my little smarty. Mommy doesn't like Jax anymore. Since when he was bad. The beast is still now. I'm going to make everything right again. You can't fix Mommy's leg. It's too late. Oh, I'll find a way to fix that as well. But for now. I'm going to help my little girl. Mmh, okay. Das muss also auf jeden Fall vorher passieren. Ich dachte, das flackert jetzt auch so, wenn man die Sachen sieht. So wie hier zum Beispiel, ne? An der Stelle, ne? Da weiß ich jetzt nicht. Also, ich dachte, das würde ich in der Aufnahme sehen, aber das tue ich nicht. Also gehe ich nochmal ganz zurück. Mal gucken, was wir noch haben. Zur Auswahl. Aber ich glaube, es gibt mir den Handschuh-Remix. So, mal gucken. Noch ein bisschen näher. Da gab es zwischendurch jetzt nix. Okay. Also muss ich einfach nur hier den Handschuh-Remix, nehme ich an. So, den nixen wir jetzt. Nillins Erinnerung. Das ist die gleiche Erinnerung, aber von mir. Oder die, die er mir einspeisen wollte. Das bin ich ein bisschen. Das wird die Erinnerung des Vaters sein. Aha. Silla, darling. Ist alles alles okay? Du solltest noch ein paar Stunden vor Hause gewesen sein. Ja, 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 Moment. Ich hab die Zeit in der Lamm. Du hast du Zeit, Papa? Just finish shopping mit Mama. Hallo, da, mein bisschen Smarty. Behave yourself with your mother, promise? Charles, dear, ich bin nicht überzeugt die Klienten werden, dass du deine Idee akzeptieren. Storing memories ist ein eher kommerischer argument zu mir. Kannst du aufhören? 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 Ich denke, es wäre so eine gute Idee, wenn deine Frau vergessen wäre, dass es ihr Geburtstag war. Ich würde ein paar Food mit uns, wenn du möchtest. Ich habe auch ein paar Food mit uns, wenn du möchtest. Ich habe mich gefragt, warum es so so quiet ist. Ich würde dich verletzen, mein Lieber, aber die zwei von euch sind so lieblich zusammen. Das ist mir richtig gelaufen jetzt. Oh Gott. Okay, mal gucken. Also ich schätze mal, wir machen das mal genauso wie beim letzten Mal. Das war doch zuerst... Gut, ich muss nur eins vorher. Ich muss natürlich anfangen, noch bevor er mit seinem Prototyp da anfängt. So, Moment. Gucken wir mal. LCD-Bildchen. Ne, das wird es nicht sein. Gehen wir nochmal weiter zurück. Gehen wir mal ganz zum Anfang. Das ist ja quasi der Erinnerungsremix der Erinnerung, die ich vorher bei meiner eigenen Mutter, also bei ihr geändert habe, bei Skilla geändert habe. Skilla, so heißt sie glaube ich, oder? Okay. So, Moment mal. Kann man da vorher noch was machen? Gehen wir mal ganz langsam vorwärts und gucken mal, ob man da irgendwas machen kann. Weil auch hier würde ich sagen, das Erste, was ich machen würde, den Becherhalter, wie beim letzten Mal, dass der Kaffee dann, dass er dann abgelenkt ist. den lösen wir mal. Was war denn das denn? Nach der Sicherheitsgurt, glaube ich, ne? Wenn der kommt. Ja. So, und dann die Windschutzscheibe, natürlich. Was war denn das? Silla, darling, ist das alles okay? Du solltest du nach Hause waren. Wie war's it going? They started work on the Murray-Ferrick. I had to take a detour through a new...